Hä? Ich will aber erst noch mal gucken. Irgendwie sieht der Raum hier ziemlich cool aus. Ach, jetzt sind wir da oben drin. Warte, ich komm. Mit dem Bild da oben. Wo bist du? Nee, wenn du darunter springst, dann bist du wieder da, wo dieses Schwert liegt. Warte, ich komm noch mal wieder. Oder ist da oben sowieso nix mehr? Ich glaube nicht. Aber es sieht cool aus hier oben, dieses Bild da. Ich komme, ich komme. Welches Bild? Da oben. Da oben? Da. Wie mysteriös. Warte, ich möchte hier raus und nicht nach unten fallen. Ist hier oben vielleicht noch irgendwas? Nein. Ach, man rutscht hier runter. Nee, nicht automatisch. Okay, jetzt die Musik wieder laut. So. Der Tod, der Tod. Uh, ich bin Satan. Nein, du bist der Tod. Okay, ach so, hier. Power Supply. Kommt bestimmt da rein. Oh, das hat aber funktioniert. Sieht schon mal gut aus. So, jetzt brauchen wir noch... Ah. Ah, cool. Jetzt können wir da auch herlaufen. Die Knöpfe da oben drücken. Halt, warte. Dann kommen wir ja nicht an den Knopf da. Das können wir ja wieder zurückdrehen, nehme ich an. Was macht das? Okay, ein Knopf gedrückt, der auf der anderen Seite. Oh. Drück. Ah. Böööö, A. So, und jetzt? Drück jetzt nochmal weiter. Müssen wir jetzt nicht einfach warten? das hat sich wieder normal gedreht was ist wieder anders ich habe keine munition mehr nein nein jetzt muss ich den töten ohne munition und ohne milch stirbt eine spille das ist jetzt um uns der tötet mich dreh ich wieder du wurdest gehors hängt ja ich habe kein kein mal doch doch jetzt habe ich wieder mana ich komme ich bin aber jetzt eh auch tot wo ist eine fette spinne so ich bin jetzt einfach wieder raufgesprungen ohne die knöpfe zu drücken hier ist noch die leiche die kann die leiche von mir her schieben jetzt sind wir schon wieder in seinem raum wo geht es denn hier forum of zeus the guardians of zeus hide from normal vision auch das wieder etwas unsichtbares wollen wir da mal rein gehen ja auch wenn wir die guardians von zeus nicht sehen können zwei leute auf beiden seien das ist echt mega verwirrend wenn wir wenn alle räume hier mal gleich aussehen auch keine unzungen mehr ich helfe dir top of power guck guck da ist nichts da ist nur ein cooles bild spells of illusion kennen woher stehen zwei leute oh Mist sie haben mich gesehen ich habe kein mana warte habe ich irgendwie im inventar gerade noch irgendwas was ich kann ich das hier nutzen wow what the fuck ich habe hier etwas gerufen was ich weiß nicht hier ist so ein viech was ist das komm her wo bist du ja hier am anfang da oben ich habe das viech da irgendwie gerufen oh wie hast du das denn gemacht ich habe im inventar so ein teil ausgewählt ich dachte das heilt mich vielleicht ich kann im inventar gar nichts auswählen ne also auf irgendwelchen tasten hast du das belegt ich habe das auf den feil tasten probier mal vielleicht ist es bei dir auch standard oder so nein da dreh ich mich ok dann musst du mal in deinen optionen gucken jetzt habe ich aber schon vergessen welches item ich benutzt habe um das viech zu rufen weil die ist ja mega nützlich und so dieses dunkel ja da unten sind zwei typen ich habe immer noch keinen mana auf der anderen seite sind auch zwei typen also wenn wir hier den weg gehen ich habe nur noch 13 ah ich auch ich habe noch 3 ich bin tot du auch wir wurden beide vom horse gehackt aber jetzt haben wir wieder ein bisschen mana klaue ich mir noch deinen mana dass du vorher hattest da oben ist einer was verschiehst du da für ein shit ich weiß nicht kann wir in das wasser rein ja vermutlich oder ja sonst gibt es hier auch keinen weg hier ist ein ein zenten fisch unter wasser ich bin hier achso das ist so ein aufzug oh die sind die sind böse die viecher das war eine gute rache okay ich habe dein shit mitgenommen also übrigens noch auf der anderen seite noch ein anderer weg ähm ja ich weiß aber hier kommt man auf jeden fall hoch hoch und das hier macht achso wo kann man hoch ja du kannst auf dieses bist du hier wieder du kannst auf diese darauf und dann fährt dich das hoch äh the glyph of the ensigned achso hier geht es nicht weiter moment da ist ein gang man muss das da irgendwie runterklappen können weil da hier ist ne mit dem knopf da nicht nö nö dann müssen wir hier weiter hier sind wir das ist der andere weg achso den es noch gab immer fängt die musik wieder so laut an so okay ja das ist komisch vielleicht noch irgendein schalter hier im wasser ich weiß nicht hier das was ist denn das hier können wir doch unter dem wasser her was wo hier dann hier nach oben achso hier ist ein schalter das hat irgendwas gemacht ich gucke only one more to go stand da äh hier hat sich irgendwas entriegt achso ja ich weiß ich habe da gerade so eine sequenz gesehen oh spinn ja ich weiß also hier ist das andere sequenz completed hier sind übrigens spinn hinter dir ja ich habe gerade diese sequenz gesehen be penitent was bevor hier hat sich irgendwas verändert wir sollen glaube ich hier ist ne Tür oh hier ist ne Tür oh 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 hier hat sich ganz schön viel verändert im raum wir sollen irgendwie ehrfürchtig sein vor dem thron von Zeus oder so komm hier runter was wo denn ach da hier diese plattform ist hochgefahren diese graue ja und da oben ach ne die brücke ist immer noch diese hellgraue und hier das ding hat sich auch hochgefahren hier ist oh das sind würfel äh cube of äh force of cube äh was ne cube of force ah eine stunde ich habe die brustplatte bekommen die brustplatte ja du hast die brustplatte wo bist du hier beide wege von glaube ich muss so ja lebt noch nicht äh ist noch nicht lebt noch nicht lebt noch nicht lebt noch nicht ich habe schon wieder kein mana mehr oh hier ist schon wieder so ein Medusa noch nie lebt Medusa Healing Veil da liegt noch irgendwas sie stirbt nicht doch jetzt was ist das hier ich kann es irgendwie nicht aufnehmen guck mal der körper läuft noch ja hier der kopf bewegt sich auch noch hinter dir echt ja da stimmt es ist er weg ok also es bewegt sich nicht ich kann das auch nicht aufheben ist hier ein Brunnen halt hier Healing Veil kann man die mystische Urne da habe ich gekauft uah stirb shit ich bin Level 5 5 ich bin Level 3 ok äh uah hier ist hier gehen beide Wege auf hier geht das auch auf ok ist das da hinten auch aufgegangen ja ok uah genast und was macht das das macht jetzt diese eine diesen Weg nach unten ja jetzt klappt das nur nach unten spinnen nee das hat wo bist denn du hier ach hä das hat in dem Raum mit dem Wasser da unten dieses Ding ausgeklappt wollen wir da erstmal zurück wieder oh nee was ist denn hier jetzt wieder The Ring of Turning habe ich hier wo hier ich habe hier so eine Mauer kaputt gemacht ja nein jetzt habe ich shit shit wo bist du denn jetzt habe ich das Chaos Device benutzt und habe mich wieder an den Anfang des Levels teleportiert verdammt äh warte ich komme achso hier in dem Raum mit dem Wasser bin ich jetzt ja wo bist du ich bin da wo wir vorher waren was achso hä wo die Medusa war wo waren wir denn vorher halt wir sind die Brücke da langgegangen ja äh ja hier ist auch noch irgendwas aufgegangen eben warte hier ne hier nicht in dem Raum mit dem Wasser hat sich dieses eine runtergeklappt ja ja aber hier wo wir gerade warte mal eben da bist du hier ist auch noch was aufgegangen also hier war der Ring of Turning auf jeden Fall das habe ich da kaputt gemacht ich weiß nicht kannst du den auch noch einsammeln da drin ne weiß ich nicht ne also hier der Wandschalter den habe ich betätigt Ring of Reflection ist running low achso was macht denn der Ring of Reflection ähm und wo geht es hier unten hin äh weiß ich noch nicht hier ist wieder wieder so ein Raum hier ist noch ein böser Mann Hilfe rette mich ich habe kein Mana hier geht es zu äh zu den Gardens of Athena stirb ah hier ist noch einer hilf mir okay einer ist tot wollen wir mal zu den Gardens of Athena hilf mir erstmal den Typen hier zu töten hier ist so dunkel ich weiß nicht wer du und wer der Typ ist okay hier geht es noch irgendwo hin oh krass wie ist denn hier das hier geht es auch noch weiter oh mach hier einen Schalter choose your fate habe ich du hast jetzt du hast du genommen gar nichts du hast jetzt gerade mein Schicksal entschieden oh shit shit okay äh also nicht habe ich gut entschieden keine Ahnung hier kommen wir nicht hoch halt da ist ein Gang wo ja hier was ist denn äh achso achso ah jetzt ist wahrscheinlich ein oh ich komme hier nicht hä achso ja wahrscheinlich je nachdem welchen Schalter man nimmt wer da oben denn ein Dingens geöffnet so stimmt wo ist denn was macht denn dieses wow what the fuck was denn krasser shit was denn ich alter ich bin tot aber das muss ich dir mal zeigen wo bist du äh bist du in dem Raum mit dem Wasser nein in dem Raum wo du gestorben bist dann komm mal in den da ist nichts mehr oder wir müssen bei dem Wasser hier glaube ich weiter weiß nicht du bist von dem Raum gestorben wo das mit dem Schicksal war ja warte hier runter wir verirren uns schon wieder merkst du das ja wenn ja auch alle Räume gleich aussehen mit den Portalen drin ich höre dich hier ja warte ja komm mal mit ja ich glaube ich Moment jetzt muss ich wieder laut hä bist du nicht bei mir eben gestorben ja ich muss äh ich brauche Platz um dir das zu zeigen ok ich glaube hier geht's Moment bleib mal hier stehen also warte und jetzt hier hä hab ich das nicht mehr ach scheiße ich bin ja gestorben du hast mein Shit eingesammelt ja dann musst du mal rausfinden wie du dein Inventar benutzen kannst du hast jetzt dieses komische Gerät von den altehrwürdigen Dingern das macht so eine riesige Explosion die hat mich auch eben in den Tod gerissen da oben kann man übrigens noch rein aber dann kann man hier hoch nee das ist die 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 Untertitelung des ZDF, 2020